Musik Freundlich und mit Sonnenschein startet die neue Woche in der Region. Die Tiefstwerte von 0 Grad steigen im Tagesverlauf auf bis zu 10 Grad an. Am Himmel sind dabei nur gelegentlich ein paar wenige Wolken zu sehen. In der Nacht auf Dienstag ein ähnliches Bild. Es ist leicht bewölkt, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt lassen sich ab und zu aber auch die Sterne blicken. Auch am Folgetag bleibt es überwiegend sonnig bei, für die Jahreszeit, milden Temperaturen. Auch am Mittwoch sind keine Niederschläge in Sicht, im Gegenteil. Tagsüber gibt es sogar noch ein paar Sonnenstunden mehr. Überwiegend bewölkt wird es dafür am Donnerstag. Die Sonne ist kaum noch zu sehen und ab dem Nachmittag kann es bei Werten zwischen 2 und 11 Grad dann auch zu leichten Schauern kommen.